Die Entführung einer Münchner Millionärstochter Die Entführung einer Münchner Millionärstochter Die Entführung einer Münchner Millionärstochter Fällen um ihre Aufmerksamkeit bitten. Zunächst wieder ein kurzer Rückblick auf die Ergebnisse der letzten Sendung. Das erste Ergebnis lag noch am selben Abend vor. Es ging in diesem Fall nicht um eine Fahndung, sondern um die Suche nach zwei Zeuginnen, zwei Mädchen, die in einem D-Zug einen Mordversuch an einem Grenzschutzbeamten beobachtet haben mussten. Sie wurden wenige Minuten nach der Sendung gefunden. Außer diesen beiden Mädchen meldete sich unvermutet noch eine dritte Zeugin, sodass die Polizei den Ablauf des Verbrechens jetzt eindeutig rekonstruieren kann. Gesucht wurde auch ein Jugoslabe namens Fajek Dormisi. Er steht im Verdacht, im Frankfurter Westend ein Wohnhaus im Brand gesetzt zu haben. Dabei kamen neun Menschen ums Leben. Dormisi, der sich nach der Tat in die Nähe von Bonn abgesetzt hatte, wurde dort von einem Zuschauer erkannt und einen Tag nach der Sendung von der Polizei festgenommen. Noch in einem anderen Fall gibt es ein Ergebnis. Die Fahndung, um die es dabei ging, liegt allerdings schon einige Zeit zurück. Sie kam damals aus der Schweiz, Werner Vetterli. Es gibt einen ganz bestimmten Grund, wieso es diesmal etwas länger dauerte als sonst. Der Gesuchte befand sich nämlich in Australien. Er heisst Helmut Weber und war eines bewaffneten Überfalls auf eine Filiale der Bündner Kantonalbank gesucht worden. Inzwischen lebte er dann in Australien, konnte es aber nicht verkneifen, dort im fünften Kontinent hoch anzugeben und im Bekanntenkreis zu sagen, er sei in Europa in einer Fernsehsendung gesucht worden. Ein Schweizer Auswanderer, der zurückkehrte, erzählte das dann der Zürcher Polizei. Diese nahm Kontakt auf mit Interpol Melbourne und Helmut Weber konnte in Australien festgenommen werden und legte auch bereits in Australien schon ein Geständnis ab. Eine andere Fahndung für die Schweizer Behörden, die wir in unserer letzten Sendung ausgestrahlt haben, konnte bisher nicht abgeschlossen werden. Aber es gibt in diesem Fall Neuigkeiten aus Österreich. Peter Niederzki. Das ist richtig. Es geht dabei um eine Frau, die ursprünglich aus Oberschlesien stammt, aber heute Schweizer Staatsbürgerin ist. Und sie hat dort die Behörden schon seit einigen Jahren hinlänglich beschäftigt. Die Frau heißt Ilse Meisel und wird in einschlägigen Kreisen aber nur Brillanten-Ilse genannt. Sie selbst bedient sich heute recht häufig ihres Mädchennamens Olapinski. Diesmal wird sie wegen Betrugs und Unterschlagung von einer Gesamtbeute mit circa einer Million Franken gesucht. Sie ist, wie inzwischen mit Hilfe vieler Zuschauerhinweise festgestellt werden konnte, nach unserer letzten Sendung nach Österreich gekommen. Sie hat sich sowohl in Vorarlberg als auch in Salzburg aufgehalten und dort hat sie unter anderem einen Mercedes 230 gekauft, den sie heute noch besitzen dürfte. Das Fahrzeug trug zuletzt befristete österreichische Kennzeichen, also blau-rote Schilder, mit der Ziffernfolge S Salzburg 28 43 Schrägstrich 73. S 28 43 73. Die Frau befindet sich wahrscheinlich in Begleitung eines Schweizers, auf dem der Wagen zugelassen ist. Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass sie Österreich inzwischen wieder verlassen hat. Meine Damen und Herren, einen Teil der letzten Sendung haben wir dem Thema Wohnungseinbrüche gewidmet. Dabei wurde unter anderem ein unbekannter Einbrücher gesucht, dessen Spezialität es ist, durch die Kellerfenster in die Häuser einzudringen. Dieser Mann konnte von der Kripo in Fulda inzwischen identifiziert werden. Er heißt Eduard Hoffmann und ist 56 Jahre alt. Es wird ihm auch vorgeworfen, eine sechsköpfige Bande bei umfangreichen Einbruchsserien angeführt zu haben. Hoffmann, der sich auch Hartmann oder Hartung nennt, ist 1,71 groß und schlank. Er hat grau-grüne Augen, grau-melierte Haare und eine Stirnglatze. Er gilt als gefährlicher Berufs- und Gewohnheitsverbrecher und ist mit großer Wahrscheinlichkeit bewaffnet. Auch die anderen Serieneinbrecher, die wir in der letzten Sendung gesucht hatten und denen zum Teil hunderte von Straftaten vorgeworfen werden, sind noch unterwegs. Wolf-Dietmar Zander, 23 Jahre alt, grau-braune Augen, dunkelblonde, nackenlange Haare. Er verkehrt in Rauschgiftkreisen und ist vermutlich ebenfalls bewaffnet. Helmut Mungenast, 35 Jahre alt, blau-graue Augen und dunkelblonde Haare. Helmut Matuttes, 33 Jahre alt, graue Augen, dunkelblonde Haare. Er dürfte mit einer etwa 30-jährigen Frau unterwegs sein. Soweit der Rückblick. Hinweise zu den noch offenen Fällen nehmen alle Polizeidienststellen entgegen. Meine Damen und Herren, zur Kriminalistik gehört es immer mehr, sich auch der Erkenntnisse anderer wissenschaftlicher Disziplinen zu bedienen, der Physik genauso wie der Medizin und der Psychologie. Unser erster heutiger Fall zeigt, dass auch ganz spezielle Bereiche der Psychologie, wie etwa die Hypnose, der Kripo bei ihrer Arbeit gelegentlich helfen können. Es geht dabei um einen Mord an einem jungen Mädchen im deutsch-schweizerischen Grenzgebiet. In dem Fall spielen mehrere kleine Orte in dieser Gegend eine Rolle, die sicher nicht alle Zuschauer kennen. Deshalb hier zunächst eine Karte zur Orientierung. Entlang des Rheins die Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz, südlich davon der Schweizer Kanton Aargau, am Rhein selbst die deutsche Grenzstadt Waldshut. Sie spielte dem Fall eine Rolle ebenso wie etwas weiter östlich der Ort Tingen und die Bundesstraße 314, die in Richtung Nordosten verläuft. Etwas abseits von der B314 der Ort Dillendorf. Ausgangspunkt der Ereignisse, die schließlich mit dem Verbrechen endeten, ist das Dorf Remetschwil. Samstag, 2. September 1972. In der Wohnung eines Arztes in Remetschwil packt die Hausgehilfin Anna Maria Blattert gegen 14 Uhr ein paar Kleidungsstücke zusammen. Sie hat über das Wochenende frei und möchte wie immer für zwei Tage zu ihren Eltern nach Dillendorf fahren. Meist legt sie die etwa 50 Kilometer lange Strecke per Anhalter zurück, weil die Omnibusfahrten von Remetschwil nach Dillendorf sehr umständlich und mit langen Wartezeiten verbunden sind. An diesem Tag wird Anna Maria das erste Stück von ihrer Chefin mitgenommen. Das Mädchen ist 21 Jahre alt und auf dem elterlichen Bauernhof aufgewachsen. Aber sie fühlte sich auf die Dauer gesundheitlich der harten Arbeit in der Landwirtschaft nicht gewachsen. Das Mädchen hat deshalb eine nicht so beschwerliche Tätigkeit als Hausgehilfin angenommen. Anna Maria Blattert gilt bei ihren Bekannten als aufgeschlossen und kontaktfreudig, zugleich aber auch als sehr religiös und im Umgang mit Männern etwas spröde. Insgesamt ist sie im Verhältnis zu ihrer Umwelt eher ein wenig zu vertrauensselig als misstrauisch. Die Frau des Arztes aus Remetschwil bringt das Mädchen an diesem Samstagnachmittag in die nächste Stadt, nach Walzhuhn. Wollen Sie mich da vorne absetzen? Ich muss doch schnell was besorgen. Nachher gehe ich dann zu Fuß vor bis zur Bundesstraße. Anna Maria, wollen Sie wirklich per Anhalter fahren? Soll ich Sie nicht doch lieber zur Bushaltestelle bringen? Mir passiert schon nichts. Aber wenn Ihnen doch einer mal blöd kommt? Dann muss man halt auf Zack sein. Ich kann mich schon wehren, wenn es darauf ankommt. Na gut, dann gute Heimfahrt und schönes Wochenende. Danke gleichfalls. Und vielen Dank noch fürs Mitnehmen. Das ist gern geschehen. Wiedersehen. Wiedersehen. Anna Maria Blattert muss in Walzhuhn recht bald eine Mitfahrgelegenheit gefunden haben. Allerdings nur für eine kurze Strecke von etwa vier Kilometern. Denn eine Dreiviertelstunde später, um 15 Uhr, steht sie als Anhalterin an der Bundesstraße 34 in Tingen. Eine Frau, die Anna Maria Blattert persönlich kennt, erinnert sich später, sie an dieser Stelle beobachtet zu haben. Und sie berichtet der Polizei, dass das Mädchen in einen hellblauen VW eingestiegen ist. Mit diesem Wagen fährt die Hausgehilfin zunächst weiter in Richtung Dillendorf. Doch dann geschieht etwas sehr Merkwürdiges. Um 17 Uhr taucht Anna Maria Blattert plötzlich wieder in Remetschwil auf, dem Ort, wo sie arbeitet und wo sie drei Stunden zuvor aufgebrochen ist. Sie wird von mehreren Zeugen gesehen, die sie persönlich kennen. Eine Verwechslung ist ausgeschlossen. Und sie fragt schließlich im Haus Nummer 55 nach einem Bekannten. Als Anna Maria Blattert erfährt, dass ihr Bekannter nicht zu Hause ist, geht sie wieder, ohne zu sagen, welchen Zweck ihr Besuch haben sollte. Niemand hat gesehen, auf welchem Wege sie Remetschwil danach wieder verlassen hat. Bis heute kennt die Polizei auch niemanden, der sie an diesem Nachmittag überhaupt noch gesehen hat. Die Mutter des Mädchens erstattet am selben Abend beunruhigt Vermisstenanzeige. Die Polizei unternimmt in den nächsten Tagen und Wochen mehrere Suchaktionen, aber Anna Maria Blattert bleibt verschwunden. Zwei Monate später, am 28. Oktober 1972, stellt sich dann heraus, dass das Mädchen an jenem 2. September vermutlich von Remetschwil ein zweites Mal in Richtung ihres Heimatortes Dillendorf gefahren ist. Und zwar wieder über Walzhut und Tingen. An der Bundesstraße 314 suchen zwei Jagdaufseher an diesem 28. Oktober ein Waldstück ab. Ein Autofahrer hatte berichtet, dass ihm hier ein Reh vor den Wagen gelaufen sei und sich anschließend verletzt in den Wald geschleppt habe. Halt doch mal an, hier irgendwo muss es doch liegen. So, dann lass uns doch mal schauen, ob wir das Ding finden. Ich glaube nur, dass wir hier nicht hier sein. Das ist ja viel zu weit von der Straße ab. Das ist auch viel zu weit von der Straße weg. Statt des gesuchten Rehes entdecken die beiden Männer unter einem Haufen verdorrten Farnkrauts etwa 30 Meter von dem Waldweg entfernt die Leiche einer Frau. Die Kripo stellt fest, die Tote ist die vermisste Hausgehilfin Anna-Maria Blatter. Sie wurde mit ihrer eigenen Strumpfhose erdrosselt. Und zwar an der Stelle im Wald, an der sie auch gefunden worden ist. Für die Mordkommission beginnt nach der genauen Tatortaufnahme die übliche mühsame Kleinarbeit. Ach, du Arnst, das ist nicht. Was ist denn das? Die Auskunftsbelege aus Flensburg vom Kraftfahrt-Mundesamt über sämtliche diamantblauen VWs, die bis zum 2. September in Südbaden ausgeliefert worden sind. Moment, wie viel sind das? 1688. Ach, du lieber Himmel. Ja, und vielen Dank dann nochmal, Herr Professor. Wiederhören. Das war die Gerichtsmedizin. Bei der Obduktion ließ sich der genaue Todeszeitpunkt nicht mehr feststellen. Die Kripo versucht es deshalb mit einem Experiment, mit der Uhr der Toten. Wie weit bist du denn mit deinem Uhrentest? Ach ja, die könnte jetzt eigentlich abgelaufen sein. Anna-Maria Blattert hatte eine automatische Armbanduhr mit Datumsanzeige getragen, die auch bei der Leiche gefunden wurde. Die Beamten brauchen also nur festzustellen, wie lange das Uhrwerk noch weiterläuft, wenn die Uhr nicht mehr bewegt wird. Richtig, sie steht. Genau wie beim ersten Test. Nach 42 Stunden und 40 Minuten. Und wenn wir dann zurückrechnen, stehen geblieben ist sie am 4.9. um 13 Uhr. Dann wäre die Todeszeit am Samstag, 2.9.72, also genau an dem Tag, an dem sie nachmittags verschwunden ist. Die Ermittlungen der Kripo konzentrieren sich jetzt auf den letzten Tag im Leben des Opfers. Aber auch intensive Nachforschungen im gesamten Gebiet zwischen Remetschwil und dem späteren Tatort bringen kein greifbares Ergebnis. Dann aber meldet sich ein Zeuge, dessen telefonische Aussage zunächst zwar auch nicht sonderlich gewichtig klingt, bis er den Beamten, die ihn zu Hause aufsuchen, Datum und Uhrzeit seiner Beobachtungen nennt. Das war am 2. September. Ich weiß das noch ganz genau, weil ich an dem Tag bei einem Bekannten in der Werkstatt ausgeholfen habe. Ich habe auch schon auf der Lohnquittung nachgeschaut. Da ist das Datum drauf. Und wann war das genau? Wissen Sie die Uhrzeit noch? Tja, das muss so gegen 18 Uhr gewesen sein. Auf der B314. Ich bin aus Richtung Tingen gekommen. Ah ja. Und da haben Sie gesehen, dass vor Ihnen der Opel in den Waldweg abgebogen ist? Ja, das war so. Ich bin schon ein paar hundert Meter hinter dem Heer gefahren. Da war ein Mann am Steuer und eine Frau daneben. Und dann an der Stelle, wo die Fichtenschonung ist, da fing er plötzlich an, Schlangenlinien zu fahren und ein bisschen zu schleudern. Sagen Sie, war denn da vielleicht sonst noch jemand auf der Straße? Kann es noch jemand gesehen haben? Ja, da ist noch ein Wagen entgegengekommen. Dem muss das auch aufgefallen sein. Er hat nämlich mit der Lichthupe geblinkt. Und dann ist der Opel plötzlich nach links in den Waldweg eingebogen, ohne vorher ein Zeichen zu geben. Und der Weg war direkt nach der Fichtenschonung? Ja, ja. Kurz vorher macht die Straße so eine leichte Linkskurve. Die Beamten kennen die Stelle genau, die der Zeuge Ihnen beschreibt. Denn dieser Weg führt zu dem Waldstück, in dem die Leiche gefunden wurde. Und Sie sind sicher, dass es ein Opel war? Ja, hundertprozentig. Ich bin vom Fach. Ich bin Automechaniker. Der Opel war ein Rekord A. Der Typ, der zwischen 1963 und 65 gebaut worden ist. Zweifarbig. Unten hellbraun, mit dunklem Dach. Und das Kennzeichen wissen Sie nicht mehr? Ich habe es Ihrem Kollegen am Telefon schon gesagt. Ich habe mir noch und noch das Hirn zermacht. Ich komme nicht mehr drauf. Erinnern Sie sich denn vielleicht an einen Teil des Kennzeichens? Vielleicht an den Zulassungsbereich? Ich habe mir es damals noch extra gemerkt. Ich weiß nur, ich habe gedacht, schau mal, der ist ja hier ganz aus der Nähe. Aber Sie können mich totschlagen. Ich komme nicht mehr drauf. Tja, was machen wir denn da bloß? Die heißeste Spur in diesem Mordfall droht im Sande zu verlaufen. Der Mann hat das Kennzeichen vergessen. Da taucht im weiteren Gespräch plötzlich die Idee auf, die verblasste Erinnerung vielleicht durch Hypnose wieder aus dem Unterbewusstsein hervorzuholen. Der Zeuge bietet an, sich von einem Psychotherapeuten zu der entscheidenden Szene zurückführen zu lassen. Er hat den Kriminalbeamten ausdrücklich gestattet, während der Befragung in der Praxis eines Freiburger Arztes dabei zu sein. Die Fragen, auf die es besonders ankommt, sind mit dem Psychotherapeuten genau abgesprochen. Erinnern Sie sich also genau an den 2. September. Sie sind abends auf der Heimfahrt. Sie biegen auf die Bundesstraße 314 ein. Sie fahren jetzt auf der Bundesstraße. Sehen Sie mal nach vorn. Sind Sie allein auf der Straße? Nein. Was ist da noch? Vor mir fährt ein Opel. Was ist das genau für ein Typ? Ein Rekord A, Baujahr zwischen 63 und 65. Schauen Sie sich den Wagen genau an. Welche Farbe hat er? Er ist zweifarbig. Unten hellbraun, oben dunkel. Achten Sie mal auf den Lack. Glänzt er oder ist er stumpf? Er ist stumpf. Und jetzt schauen Sie auf den Tacho. Wie schnell fahren Sie? 70. Und jetzt kommt links die Fichtenscholung. Was passiert jetzt? Der Opel fährt Schlangenlinien. Da kommt einer entgegen und blinkt mit der Lichthupe. Und jetzt biegt der Opel nach links in den Waldweg ein, ohne Zeichen zu geben. Halt! Nicht so schnell. Jetzt bitte noch mal ganz langsam, Stück für Stück. Der Wagen fängt an, Schlangenlinien zu fahren. Beobachten Sie einmal genau die beiden Personen in dem Opel. Was tun Sie? Hält die Frau sich fest oder so etwas? Das kann ich nicht sehen. Ich kann nichts Besonderes sehen. Gut. Jetzt kommt der andere Wagen entgegen. Was ist das für ein Wagen? Ich kann es nicht genau sehen. Ich achte nur auf den Opel. Dem Motorklang nach könnte der andere ein Fiat sein. Ein 124er Coupé vielleicht. Und was geschieht weiter? Der Opel biegt in den Waldweg ein. Dann schauen Sie jetzt bei dem Opel auf das Kennzeichen. Können Sie es erkennen? Ja, eine Schweizer Nummer. Die Buchstaben AG und dann sechs Zahlen. Die kann ich aber nicht ablesen. Ich bin jetzt schon vorbei. Die Buchstaben AG erkennen Sie aber ganz sicher. Ja, ganz sicher. Der Arzt schließt den Versuch ab. Er weiß, dass der Mann auch in Hypnose sich nur an das erinnern kann, was er früher tatsächlich einmal wahrgenommen hat. Heben Sie Ihren rechten Arm. Und den anderen Arm. Für die Kripo war der Versuch dennoch, zumindest teilweise, erfolgreich. Sie kann jetzt davon ausgehen, dass der fragliche Opel aus der Schweiz, aus dem unmittelbar benachbarten Kanton Aargau, kam. Das gibt sich bald. Meine Damen und Herren, eine Aussage in Hypnose. Hypnose kann in juristischem Sinne nie ein Beweismittel sein. Denn eine Beobachtung, an die man sich im normalen, wachen Zustand nicht erinnert, kann man natürlich auch vor Gericht nicht beschwören. Wenn es aber bei den Ermittlungen nur darum geht, Anhaltspunkte für die Wahrheit zu finden, die dann durch andere Fakten noch einmal geprüft werden kann, in solchen Fällen kann die Hypnose durchaus einmal nützlich sein. Heute zum Beispiel ermöglicht Sie Herrn Seifert von der Landespolizeidirektion Freiburg, eine ganz entscheidende Frage an die Zuschauer sehr präzise zu stellen. Ja, und zwar die Frage, wer kann Auskunft darüber geben, wem das Auto gehört haben kann, das damals am 2. September 1972 am Tatort gesehen worden ist. Es handelt sich, wie gesagt, um einen Opel-Rekord Typ A, Baujahr zwischen 1963 und 1965. Zweifarbig lackiert, unten hellbraun, dunkles Dach, mit einem Schweizer Kennzeichen aus dem Kanton Aargau. Vorne die Buchstaben AG, dann folgen sechs Zahlen. Fast genauso wichtig wäre es für die Polizei zu wissen, wer der Fahrer des Pkw war, der dem Opel-Rekord und dem dahinterfahrenden Ford Escort entgegenkam. Er hat ja nach den Aussagen des Zeugen die Lüchthupe betätigt, weil er sich offensichtlich durch den in Schlangenlinien fahrenden Opel gefährdet fühlte. So sah Anna-Maria Plattert zu Lebzeiten aus. Zuletzt trug sie die Haare nicht mehr so kurz wie auf diesem Bild, sondern etwa schulterlang, so wie auf dieser Fotomontage. Das Mädchen ist am Nachmittag des 2. September, wie Sie wissen, in der Gegend um Waldshut mehrfach hin und her gefahren. Gegen 15 Uhr ist sie in Dingen in einen diamantblauen VW eingestiegen, dessen Fahrer wir bis heute nicht kennen. Er wird dringend gebeten, sich als Zeuge zu melden. Auch andere Autofahrer, die das Mädchen hier irgendwo zwischen Remetschwil und Dillendorf an diesem Nachmittag mitgenommen haben oder als Anhalterin am Straßenrand stehen sahen, könnten uns bei der Lösung dieses Falles ein gutes Stück weiterhelfen. Nach den Feststellungen des Gerichtsmediziners hat Anna-Maria Plattert gegen 17 Uhr noch eine komplette Mahlzeit zu sich genommen. Zu diesem frühen Abendessen gehörte Fleisch, Bandnudeln, Kopfsalat, halbierte Tomaten, Schnittlauch und ungeschälter schwarzer Pfeffer. Frage, wo hat das Mädchen an diesem Samstagabend etwas gegessen? Weiterhelfen könnten uns vielleicht auch die Gegenstände aus dem Besitz von Anna-Maria Plattert, die bis heute verschwunden sind. In einer Plastiktragetasche hatte das Mädchen zum Beispiel ein solches geblümtes Kleid mit violetten und blassengrünen Mustern auf gelbem Grund. Außerdem eine solche azurblaue Damenhose mit kleinen weißen Tupfen und eine solche Handtasche aus mittelbraunem, glattem Leder mit einem verdeckten Druckknopfverschluss und einzelnen Riemen, die mit Messingringen an einem Bügel befestigt sind. Verschwunden sind auch die Sandaletten, die das Mädchen an jenem Tag getragen hat. Sie waren dunkelbraun und trugen die Markenbezeichnung Salamander. Für Hinweise, die zur Klärung des Verbrechens und zur Ermittlung des Täters führen, sind Belohnungen von insgesamt 4.000 DM ausgesetzt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Walzhut, Telefon 07751 2031 an jede andere Polizeidienststelle oder eines der Aufnahmestudios. Vielen Dank, Herr Seifert. Meine Damen und Herren, hier gleich die Telefonnummern unserer Aufnahmestudios noch einmal. Sie erreichen uns in Zürich unter 39 39 50, in Wien unter 82 36 21, und hier in München wie immer unter 95 20 95 die Vorwahl von München 089. Um die nächste Verhandlung, meine Damen und Herren, haben uns die Behörden in der Schweiz gebeten. Bitte, Werner Vetterli. Es geht um eine Frau, der umfangreiche Betrügereien im Zusammenhang mit Gemälden und Kunstgegenständen vorgeworfen werden. Die Frau heisst Walli Korecki. Sie stammt aus Lettland, ist aber seit vielen Jahren Schweizer Staatsbürgerin. Zuletzt lebte sie in Zürich. Die Gesuchte wird unter anderem beschuldigt, bei fingierten Kunstkäufen Anzahlungen in der Größe von 80.000 Franken entgegengenommen zu haben und damit verschwunden zu sein. Auch in Deutschland wird gegen sie in einem Betrugsfall ermittelt, bei dem es um einen Schaden von etwa einer Million Mark geht. Möglicherweise hält sie sich auch heute noch in Deutschland auf, und zwar vermutlich in Oberbayern oder im Bodenseegebiet. Walli Korecki, geschiedene Fröner, ist 51 Jahre alt, 1,69 groß und von kräftiger Statur. Sie hat blaue Augen, mittelbraune, grau-melierte Haare und zwei kleine Muttermale an der rechten Halsseite. Sie spricht Lettisch und Deutsch mit etwas harter Klangfarbe. Für Hinweise, die zur Festnahme der Gesuchten führen, ist eine Belohnung von 1.000 Franken ausgesetzt. Hinweise bitte an Ihren Polizeiposten oder an eines unserer Aufnahmestudios. Meine Damen und Herren, im nächsten Fall geht es um diesen Mann. Er heißt Heinz-Joachim Dörner und wird wegen eines Mordversuchs an einem Polizeibeamten gesucht. Vor drei Wochen kontrollierten die Besatzung eines Streifenwagens in Fellbad an der Ruhr einen jungen Mann in einem Porsche. Als einer der Beamten ausstieg, gab der Fahrer Gas. Der Beamte wurde überfahren, er liegt immer noch mit lebensgefährlichen Verletzungen im Krankenhaus. Heinz-Joachim Dörner, der dieser Tat dringend verdächtig ist, gilt als äußerst gefährlicher Rechtsbrecher. Er soll auch im Besitz seiner Schusswaffe sein und hat sich der Festnahme bisher stets mit allen Mitteln entzogen. Dörner ist 27 Jahre alt, 1,65 groß und schlank. Er hat dunkle Augen, schulterlange schwarze Haare, zwischen den oberen Schneidezähnen, eine auffällige Lücke. Er soll zurzeit mit einem weißen Porsche unterwegs sein. Für Hinweise, die zur Festnahme des Gesuchten führen, ist eine Belohnung von 4.000 Mark ausgesetzt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Düsseldorf-Mettmann, Telefon, Vorwahl 021 04, Rufnummer 22258, an jede andere Polizeidienststelle oder eines unserer Aufnahmestudios. Und nun, meine Damen und Herren, geht es um Falschgeld. Rechtsbrecher, die sich auf diesem Gebiet betätigen, nicht selten international arbeitende Ringe, hätten es sehr viel schwerer, wenn wir uns alle die Zahlungsmittel, mit denen wir tagtäglich umgehen, ein bisschen genauer ansehen würden. Wüssten Sie zum Beispiel, ohne nachzuschauen, die richtige Antwort, wenn man Sie unvermittelt fragen würde, welche Farbe ein deutscher Zetmarkschein hat, oder wie viel Farben oder gar wie das Wasserzeichen einer bestimmten Banknote aussieht. Wenn Sie sich in einer ruhigen Minute einmal die Mühe machen, Ihre Geldscheine genau anzusehen, und das gilt natürlich ebenso für Schweizer Franken- und Schillingnoten, dann werden Sie sich unter Umständen auch einmal selbst vor Schaden bewahren. Oder Sie können, wie gesagt, ganz allgemein dazu beitragen, dass den Falschmünzern Ihr Handwerk erschwert wird. Freitag, 28. Juli 1972. An einer Tankstelle in Ingolstadt in Bayern bedient die Frau des Pächters gegen Mittag einen Kunden mit einem silbergrauen Opel. Der Fahrer lässt den Wagen volltanken. Mach genau 40 Mark, bitte. Sieh, sagen Sie mal, mit dem Schein, da stimmt doch was nicht. Der Geldschein, den der Mann so bereitwillig zurücknimmt, ist offensichtlich gefälscht. Die zweite Banknote, die ihr dafür hervorholt, erscheint der Tankstellenpächterin zweifelsfrei echt. Und so bedient sie den Kunden, der eine Frau und ein Kind dabei hat, zunächst einmal zu Ende. Dann aber schreibt sie sich das Kennzeichen auf, um ihren Verdacht der Polizei mitzuteilen. Das Nummernschild jedoch, so stellt die Kripo später fest, ist ebenso falsch wie der 100-Mark-Schein, mit dem der unbekannte Mann bezahlen wollte. Zunächst weist die Polizei allerdings nur aus der Beschreibung der Frau, wie die Blüte etwa ausgesehen hat. Ein 100-Mark-Schein mit etwas verschwommenem und blassem Druckbild auf zu glattem und zu weichem Papier, ohne Wasserzeichen. Bereits zehn Tage später wird die erste dieser falschen Noten angehalten und aus dem Verkehr gezogen. Allerdings nicht in Bayern, sondern in Niedersachsen. In einem Postamt in Hannover fällt der falsche Geldschein einem Beamten bei der Abrechnung auf. Irgendwann an diesem Tag, dem 7. August 1972, muss jemand am Schalter diese Note eingezahlt haben. Von wem der falsche Schein stammt, lässt sich aber nicht mehr feststellen. Wieder vergehen rund zwei Wochen, bis die nächste Blüte dieser Machart auftaucht. Diesmal in Schleswig-Holstein, in einer Gastwirtschaft in Hattstedt bei Husum. Hier lässt sich sogar noch ermitteln, wer den Schein ausgegeben hat. Ein Schausteller, der für eine Gruppe von Kollegen in der Gaststätte die Zeche bezahlt hat. Aber seine spätere Aussage, er habe die Banknote auf dem Rummelplatz von irgendeinem Unbekannten eingenommen, ist nicht zu widerlegen. Am 26. Oktober 1972, drei Monate nach dem ersten Auftauchen der neuen Fälschung an der Tankstelle, gibt ein unbekannter Mann in Feldkirchen in Bayern ein Paket auf. Niemand außer dem Absender selbst kann zu diesem Zeitpunkt wissen, dass dieses Paket mit der mysteriösen Falschgeld-Serie in unmittelbarem Zusammenhang steht. Das Paket ist adressiert an SEGA Hannover Hauptpostlagernd. Auch die Absenderangabe ist nicht sehr konkret. Schmidt Postlagernd. In der Zwischenzeit hat die Kripo noch mehrere falsche Banknoten der gleichen Druckart registriert. Und auch in den folgenden Wochen tauchen erneut weitere Blüten auf. In Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Bayern und immer wieder in Niedersachsen. Meist werden die Fälschungen erst entdeckt, wenn Geschäftsleute das eingenommene Geld zu ihrer Bank bringen. Tja, das gibt's doch nicht. Kollege, das ist doch einwandfrei mit Nöten. Bis zum Dezember 1972 sind insgesamt 16 der falschen 100-Mark-Scheine aus dem Verkehr gezogen worden. Besondere Aufmerksamkeit erregen die Fälschungen im Bayerischen Landeskriminalamt. Denn dort ist den zuständigen Beamten bekannt geworden, dass in der Unterwelt ein größerer Posten falscher 100-Mark-Scheine abgesetzt werden soll. Und es besteht kein Zweifel, dass es sich dabei um Banknoten der gleichen Fälschungsklasse handelt. Also, der Druck ist nicht besonders. Vor allem das Papier ist recht schlecht. Viel zu glatt und zu weich. Und sind hier wieder die gleichen Nummern. Insgesamt haben wir also vier verschiedene Nummern aus dieser Serie. Ja, genau. Ja, das sind genau die Nummern, die die Scheine haben sollen, diese 150.000 Mark, die da in Schwabing angeboten worden sind. Ja, wie ist denn das nun mit den Scheinen? Sind die Einzelnen auf dem Markt? Noch wissen die Beamten nicht, wer hinter dem Schwabinger Angebot und damit wahrscheinlich auch hinter der neuen Fälschungsserie steckt. Dann aber, am 18. Dezember 1972, ergibt sich ganz überraschend eine erste heiße Spur. Und zwar in einer Spezialdienststelle der Bundespost in Bamberg. Dort laufen aus ganz Deutschland die sogenannten unanbringlichen Paketsendungen zusammen. Also meist Pakete, bei denen Adresse und Absenderaufschrift verloren gegangen oder unleserlich geworden sind. Etwa 100 Paketsendungen dieser Art werden hier täglich geöffnet, um mithilfe des Inhalts den Absender zu ermitteln. An diesem 18. Dezember, wenige Tage vor Weihnachten, kommt in Bamberg auch das Paket an, das beinahe zwei Monate vorher in Feldkirchen aufgegeben worden ist. 146701 von 8016 Feldkirchen. Gewicht 1,5 Kilogramm. In Hannover ist das Paket bei der Ausgabestelle für postlagernde Sendungen nicht abgeholt worden. Der Adressat konnte auch nicht ermittelt werden. Nach 14 Tagen wurde das Paket deshalb nach Feldkirchen zurückgeschickt. Dort wiederum war es nicht möglich, den Absender ausfindig zu machen, der als Adresse ebenfalls nur den Vermerk postlagernd angegeben hatte. So landet das Paket nach einer längeren Irrfahrt schließlich hier in Bamberg. Als die Sendung geöffnet wird, traut der Beamte zunächst seinen Augen nicht. In einem flachen Pappkarton befinden sich zwölf kleine Metallplatten. Ich werde verrückt. Weißt du, was da drin ist? Druckplatten für 100 Mark sein. Was? Zeig ich einmal her. Oder schau dir so. Das gibt es ja nicht. Du, das ist was für einen Chef. Soll ich nochmal anrufen? Ja, mach einmal. Schau dir mal dahinter, was der hat. Druckplatten für 100 Mark sein. Das müsst ihr euch mal anschauen. Die Bundespost verständigt die Polizei. Und das Paket wird nach einem entsprechenden richterlichen Beschluss beschlagnahmt. Wenig später liegen die Druckplatten bei den Fälschungsexperten im Bayerischen Landeskriminalamt auf dem Tisch. Also es gibt gar kein Zweifel. Und die Bundesbank hat das inzwischen auch bestätigt. Da sind einwandfrei die Druckplatten für die B3, für die Hunderter, die wir in letzter Zeit die reinbekommen haben. Und die Klischee sind vollständig. Alle vier fahren. Ja, ja. Alles komplett. Und auch die Notennummern liegen hier dabei, die immer wieder aufgetaucht sind. Aber das Tolle an diesen Platten ist, dass ihr ursprünglich noch das Wort Muster draufgestanden hat. Man sieht das ganz deutlich. Das ist später mit der Hand rausgestiebelt worden. Was, Muster? Was hat denn das zu bedeuten? Die wollten doch richtiges Geld machen und keine Muster. Moment mal. Vielleicht haben die bloß die Klischeeanstalt täuschen wollen. Denn normalerweise würde ja jede Firma stutzig werden, wenn sie den Auftrag kriegt, Klischees für 100 Markscheine zu machen. Ah ja. Und dann haben die wahrscheinlich gesagt, das ist für Werbezwecke oder sowas. Und mit dem Aufdruck Muster klingt das ja auch ganz plausibel. Da denkt sich ja dann keiner was dabei. Genau. Das heißt, wir müssten versuchen, die Klischeeanstalt zu finden, bei der die Dinger gemacht worden sind. Denn mit dem Packpapier und dem Adressenaufkleber von dem Paket kommen wir jetzt wohl doch nicht mehr weiter. Bis heute, meine Damen und Herren, konnte die Klischeeanstalt, in der diese Druckplatten mit der Aufschrift Muster hergestellt worden sind, nicht gefunden werden. Und bis heute liegt für Oberinspektor Hmehl vom Bayerischen Landeskriminalamt der Schlüssel für die weiteren Ermittlungen in der Frage nach dieser Klischeeanstalt. Ja, und die folgenden Fragen richten sich deshalb ganz speziell an Inhaber und Mitarbeiter von solchen Firmen, die Klischeeaufträge entgegennehmen und natürlich auch an Firmen, etwa Werbeunternehmen, die vielleicht aus harmlosen Gründen derartige Druckvorlagen in Auftrag gegeben haben. Es ist nämlich durchaus denkbar, dass ein solcher Druckauftrag Geldscheine mit dem Aufdruck Muster ausgeführt worden ist und dass dabei jemand von den Klischees Doppelanfertigungen hergestellt oder sie nach dem Druck entwendet hat. Wenn es einen solchen harmlosen Auftrag gegeben hat, wofür einige spricht, müsste der Andruck so ausgesehen haben. Er zeigt den 100-Mark-Schein in den Originalfarben, aber noch mit dem roten Aufdruck Muster. Besonders auffällig daran ist, dass alle Buchstaben des Wortes Muster, auch das M, in kleinen Buchstaben ausgeführt sind. Frage auch, wo hat jemand versucht, diese Klischees herstellen zu lassen und wo ist dieser Auftrag vielleicht abgelehnt worden? Dies wäre deshalb denkbar, weil die Herstellung von Banknoten in Originalgröße in jedem Fall, also auch mit solchen Aufdrucken verboten ist. Die Klischeeanstalt, die diese Druckplatten vielleicht für Werbezwecke hergestellt hat, braucht jedoch heute keine Strafverfolgung mehr zu befürchten, denn diese mögliche Übertretung ist, da inzwischen mehr als drei Monate vergangen sind, verjährt. Für Hinweise, die zur Klärung des Falles führen, sind Belohnungen von insgesamt 2.000 Mark ausgesetzt. Hinweise bitte an das Landeskriminalamt München, Telefon 089 12 511, an jede andere Polizeidienststelle oder eines der Aufnahmestudios. Vielen Dank, Herr Schmiel. Meine Damen und Herren, in unserem nächsten Fall geht es um eine ungewöhnliche Kindesentführung. Gesucht wird dabei dieser Mann. Er heißt Wolfram Mayer. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, im Sommer 1970 in Säckach in Baden-Württemberg einen zwölfjährigen Sohn einer ihm bekannten Familie unter Vorspiegelung falscher Tatsachen von zu Hause weggelockt und dann entführt zu haben. Nach den Erkenntnissen der Polizei zieht Mayer, der unter anderem wegen Unzucht mit Kindern vorbestraft ist, seitdem zusammen mit dem Jungen ohne festen Wohnsitz umher. Die Polizei und auch die Eltern können heute nicht mehr hoffen, dass er den Jungen freiwillig zurückbringt. Die Staatsanwaltschaft hat deshalb die internationale Fahndung ausgelöst. Wolfram Mayer ist 38 Jahre alt, 1,65 groß und schlank. Er hat dunkelbraune Haare, blaugraue Augen und Tätowierungen an beiden Armen. Der Junge, den er bei sich hat, ist inzwischen 15 Jahre alt. Möglicherweise ist Mayer noch im Besitz eines cremefarbenen Opel-Rekord, Baujahr 1969, den er kurz vor der Entführung des Jungen unterschlagen hat. Für Hinweise, die zur Festnahme des Gesuchten führen, ist eine Belohnung von 1000 Mark ausgesetzt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Moosbach, Telefon, Vorwahl 06261, Rufnummer 3031, an jede andere Polizeidienststelle oder eines unserer Aufnahmestudios. Und jetzt, meine Damen und Herren, möchte Sie die Kriminalpolizei Limburg um Ihre Aufmerksamkeit bitten. Und zwar in einem Fall, der selbst erfahrene Kriminalisten schockiert hat. Es geht um ein Verbrechen, das mit seltener Skrupellosigkeit und Hinterhältigkeit begangen worden ist, vor dreieinhalb Monaten, Anfang August 1973. Vorbereitet wurde die Tat bereits einige Wochen vorher, im Juni dieses Jahres. Ein schönes Stück, wirklich. Diese französische Portomarke habe ich noch nie mit Quetschfalte gesehen. Wirklich, ganz ausgezeichnet. Ja, ich habe sie von meiner Großmutter aus der DDR. Die argentinische mit dem Kopf stehende Aufdruck auch. Ja, auch eine ausgesprochene Rarität. Die gibt es hier in Europa äußerst selten. Aber tut mir leid, ich habe Ihnen ja schon gesagt, ich handel fast nur mit skandinavischen Werte. Das ist schade. Das ist wirklich schade. Hofheim im Taunus, Ende Juni 1973. Der Briefmarkenhändler und Auktionator Arthur Roscher hat Besuch von einem Mann, der einige wertvolle Briefmarken zu Geld machen möchte. Der Kunde behauptet, dass er Roschers Adresse von einem Mann in Frankfurt namens Clemens erhalten habe. Der Händler will aber die angebotenen Marken nicht kaufen. So verlässt der Kunde das Büro schließlich wieder, ohne dass es zu einem Geschäftsabschluss gekommen ist. Etwa einen Monat später, genau am 1. August 1973, trifft sich der Auktionator erneut mit dem bis heute unbekannten Mann. Arthur Roscher fährt deshalb früher als gewöhnlich ins Büro. Der Kunde will an diesem Tag morgens um 9 Uhr wieder in die Geschäftsräume in der Germanenstraße kommen. Am Tage vorher hatte er sich telefonisch bei Arthur Roscher gemeldet und angekündigt, dass er nun einige sehr seltene skandinavische Briefmarken zu verkaufen habe. Einen Satz Schweden, 1 bis 5, postfrisch mit Attest. Diesmal ist der Händler sehr interessiert. Bis zum Eintreffen des Kunden will er noch eine dringende Arbeit erledigen. Aber pünktlich um 9 Uhr erscheint der Besucher bei dem Auktionator. Gleich nachdem der Mann den Raum betreten hat, nimmt das Geschäft jedoch einen völlig unerwarteten Verlauf. All das ist nicht nötig. Was soll denn das? Nehmen Sie doch das Spielzeug. Das ist kein Spielzeug. Los, schreib eine Einkaufsquerdung aus über 30.000 Mark. Aber wieso denn? Wozu denn? Die 30.000 zahlst du mir jetzt. Aber so viel habe ich doch gar nicht. Dann knall ich dich ab. Aber dann kriegst du doch die 30 Millenie. Ich könnte Ihnen 9.000 geben. Mehr ist nicht auf dem Konto. Okay. Dann schreib die Quiddung aus. Über 9.000. Na los, mach schon! Die sogenannte Einkaufsquittung dient den Briefmarkenhändlern nicht nur als Ausgabenbeleg, sondern gleichzeitig als Bestätigung, dass die erworbenen Marken dem Verkäufer auch wirklich gehören. Dem Täter ist diese Eigenheit der Philatelie offensichtlich bekannt. Warum er allerdings Arthur Rocha zwingt, eine solche Quittung auszustellen, bleibt ein Rätsel. Denn er kann keinerlei Nutzen davon haben. Der Name Werner Schulz, den er auf der Quittung eintragen lässt, ist zweifellos falsch. Und auch die Adresse, Frankfurt, Hochstraße 41, dürfte nicht stimmen. Die Polizei stellt später fest, dass in diesem Frankfurter Haus 56 Mietparteien wohnen. Aber kein Werner Schulz. Der Namenszug, den der seltsame Kunde schließlich auf das Papier setzt, ist unleserlich. Und dann lässt der Mann die Einkaufsquittung, die ihm zunächst so wichtig zu sein schien, achtlos auf dem Tisch liegen. So, jetzt holen wir das Geld von der Bank. Und keine Zicken, sonst knallt's. Der Briefmarkenauktionator hat keine Wahl. Er ist sich darüber im Klaren, dass mit dem Mann nicht zu spaßen ist. Arthur Roscher fährt deshalb auch wie verlangt in seinem Wagen mit dem Täter zur Hofheimer Volksbank. Gegen 9.30 Uhr treffen sie auf dem Parkplatz gegenüber der Bank ein. Niemand achtet auf die beiden Männer. Niemand merkt, dass auf Arthur Roscher ständig ein Pistolenlauf gerichtet ist. In der Schalterhalle trifft er zufällig auf den Direktor der Bank, den er persönlich kennt. Roscher sagt, dass er schnell 9.000 Mark in großen Scheinen brauche. Und während der Bankdirektor die notwendigen Formalitäten erledigt, versucht der Entführte zum ersten Mal auf seine Zwangslage aufmerksam zu machen. Der Bankdirektor versteht zwar den vorsichtigen Hinweis auf das Verbrechen, aber er weiß natürlich nicht, was bisher geschehen ist. Er nimmt an, dass vielleicht auch die Familie des Kunden bedroht wird. Ohne zu zögern veranlasst er deshalb die Auszahlung des gewünschten Betrages. So nimmt das Verbrechen seinen Fortgang. An der Kasse erhält Arthur Roscher 9.000 Mark-Scheine. Der Erpresser lässt ihn dabei nicht aus den Augen. Auch als er mit seinem Opfer den Rückweg antritt, bleibt er dicht neben ihm. Aber wenn ich ihm doch sage, er hat mir zugeflüstert, Überfall. Überfall! Kaum hat der Kunde mit seinem unbekannten Begleiter die Bank verlassen, informiert der Bankdirektor die Polizei und äußert dabei die Vermutung, dass möglicherweise auch die Familie des Überfallenen bedroht sei. Er beschreibt auch den Wagen des Briefmarkenhändlers, denn er geht davon aus, dass die beiden Männer zu diesem Zeitpunkt mit dem Mercedes unterwegs sind. Die Polizei nimmt daraufhin sofort die Fahndung nach diesem Fahrzeug auf. Tatsächlich aber steht der Wagen immer noch auf dem Parkplatz der Bank. Denn der Täter ist mit seinem Opfer zu Fuß unterwegs durch die belebte Innenstadt von Hofheim. Eine neue Chance für Roscher ergibt sich, als ihm unerwartet seine Frau begegnet, die einige Besorgungen gemacht hat und mit ihrem Auto auf dem Weg zurück zur Wohnung ist. Hallo, hallo Arthur! Ja, was ist denn? Willst du die Post haben? Nein, nein, ich komme sowieso gleich rein. Die Frau wundert sich zwar ein wenig über das seltsame Verhalten ihres Mannes, fährt aber schließlich doch weiter, um ihn zu Hause zu erwarten. Der Täter lässt sich durch diesen Zwischenfall nicht aus dem Konzept bringen. Er besitzt offensichtlich genaue Ortskenntnisse und hat sich zweifellos auch auf die Tat gut vorbereitet. Noch glaubt der Briefmarkenhändler, dass der Mann, so wie er inzwischen mehrfach versichert hat, mit ihm ins Büro zurückkehren will. Plötzlich aber bleibt er neben einem orangefarbenen K70 stehen und nötigt den Briefmarkenhändler, sich wieder ans Steuer zu setzen. Spätestens jetzt dürfte Arthur Roscher erkannt haben, dass der Täter nie die Absicht hatte, ihn so ohne weiteres wieder freizulassen. Denn auch auf der Fahrt, die zunächst zur Autobahn Richtung Wiesbaden-Limburg führt, geht der Täter offensichtlich nicht davon aus, dass sein Opfer später noch viel reden wird. So erzählt der Mann zum Beispiel, dass er kürzlich in Bochum aus dem Gefängnis entlassen worden sei und den K70 vor einem Kiosk gestohlen habe. Die Waffe, so berichtet er weiter, mit der er Roscher bedrohe, sei einem Polizeibeamten gestohlen worden. An der Autobahnausfahrt Kammberg dirigiert der Täter das Fahrzeug auf die Landstraße in Richtung Bad Schwalbach. Wenige hundert Meter von der Autobahnausfahrt entfernt, lässt er den Wagen anhalten und ihn rückwärts in eine Waldschneise steuern. Und hier zeigt sich, dass es der Verbrecher mit der Erpressung und Entführung seines Opfers nicht bewenden lassen will. So, jetzt ist das Geld her. Na, da wollen wir doch mal sehen, was du noch in der Brieftasche hast. Mensch, das sind ja nochmal fünf Mühle. Nicht schlecht. So, jetzt laufen wir mal ein Stück. Los, lauf! Der Täter sucht den Wagen an. Er wird mit seiner Beute unangefochten das Weite. Der schwerverletzte Arthur Roscher wird bald darauf von Waldarbeitern gefunden. Er wird sofort in ein Krankenhaus eingeliefert. Aber sein Leben ist nicht mehr zu retten. Sieben Tage später, am 8. August 1973, ist Arthur Roscher im Krankenhaus gestorben. Vorher konnte er seinen Mörder noch beschreiben. Und es gibt ja auch noch andere Zeugen, die den Mann gesehen haben, so dass Hauptkommissar Fröhlich von der Kripo in Limburg heute relativ viel über den Täter weiß. Ja, nach Angaben all dieser Zeugen haben wir ein Bild des Unbekannten anfertigen lassen. Der Mann war etwa 30 bis 35 Jahre alt, ca. 1,85 groß und von kräftiger Gestalt. Sein Gang wird als schwerfällig beschrieben. Er sprach Frankfurter Dialekt und schien sich auch in Frankfurt recht gut auszukennen. Und das ist die Quittung mit der Unterschrift des Mörders. Die Handschrift ist teilweise verstellt, ebenso wie der Name Werner Schulz und die angegebene Adresse in Frankfurt falsch sind. Aber es gibt Anhaltspunkte dafür, dass der Namenszug doch charakteristische Merkmale aus der echten Unterschrift des Täters enthält. Nach einem Schriftgutachten hat der Mann offensichtlich zunächst mit seinem wirklichen Namen begonnen, dann aber plötzlich den Rest der Unterschrift verstellt. Der unbekannte Mann hat vermutlich am Tag des Verbrechens, am 1. August 1973, irgendwo im weiteren Umkreis von Kamberg getankt, denn er hatte unterwegs von seinem Opfer Kleingeld für Benzin verlangt. Der Mann fuhr, wie Sie aus dem Film wissen, einen leuchtend orangefarbenen VW K70. Bis heute wissen wir nicht, ob dieses Fahrzeug dem Täter gehörte, ob es ein Mietwagen war oder ob er es tatsächlich in Bochum gestohlen hatte, so wie er es seinem Opfer unterwegs erzählte. In Bochum ist im Januar 1973 tatsächlich vor einer Gaststätte ein solcher orangefarbener VW K70 entwendet worden. Dieses Fahrzeug, das damals das Kennzeichen F-SK41 trug, ist bis heute verschwunden. Es wäre also denkbar, dass der Täter auch heute noch damit unterwegs ist. Besonderes Kennzeichen des Wagens, am rechten Kottflügel, ein ovaler Aufkleber mit der Firmenbezeichnung, Reinhold Bittorf, KG, Offenbach. Die vielleicht wichtigste Frage, die er auf die Spur des Täters führen könnte, gilt den Briefmarken, die er bei seinem ersten Besuch im Juni angeboten hat. Der Mann, der sich im Übrigen im Briefmarkenhandel recht gut auskannte, besaß einige sehr seltene Fehldrucke bzw. Abachten. Er muss diese Marken irgendwoher bekommen haben und er hat sie, nachdem Arthur Rocha kein Interesse zeigte, vielleicht auch noch bei anderen Händlern angeboten. Es handelt sich einmal um französische Portemargen mit einer sogenannten Quetschfalde und zum anderen um argentinische Briefmargen mit kopfstehendem Aufdruck. Hier jeweils ein Beispiel für solche Abarten. Wie viele solche Margen der Mann vorgelegt hat und welche Ausgaben es im Einzelnen waren, ließ sich nicht mehr genau feststellen. Das Motiv für den Mord an Arthur Rocha, hier ein Foto von ihm, steht nicht ganz eindeutig fest. Manches im Verhalten des Täters spricht dafür, dass es ihm nicht nur um das Geld ging, sondern beispielsweise auch um Rache. Und es wäre denkbar, dass die Polizei nicht alles aus dem Leben des Ermordeten weiß, was möglicherweise die Hintergründe der Tat aufhellen könnte. Für Hinweise, die zur Ermittlung des Täters führen, sind Belohnungen von insgesamt 10.000 D-Mark ausgesetzt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Limburg, Telefon 064 31 6784, an jede andere Polizeidienststelle oder an eines der Aufnahmestudios. Vielen Dank, Herr Fröhlich. Meine Damen und Herren, inzwischen gibt es vielleicht in unseren Aufnahmestudios schon erste Neuigkeiten, vielleicht zuerst Zürich. Werner Vetterli, wie sieht es aus bei Ihnen? Ja, im Moment können wir noch nichts Konkretes sagen. Am Anfang war es sehr ruhig bei uns hier in der Schweiz, dann in der zweiten Hälfte der Sendung läuteten die Telefone fast ununterbrochen. Gegenwärtig sind die Sachbearbeiter noch damit beschäftigt, die Hinweise genauer zu überprüfen. Und wir können nur hoffen, in der Spätausgabe dann etwas mehr aussagen zu können. Vielen Dank, Werner Vetterli. Und bei Ihnen in Wien, Peter Niederski, wie schaut es da aus? Ja, da wir aufgrund der heutigen Fälle praktisch Zuseher sind hier in Österreich, hat auch nur insgesamt siebenmal bei uns das Telefon geleitet. Nichts aus Wien bisher. Vielen Dank, Queen. Das war sehr kurz. Unsere Senderleitung wird sich freuen. Und Peter Hohl hier in München, wie schaut es da aus? Ja, bei uns ist der interessanteste Hinweis da zu dem Falschgeldfall. Und zwar hat uns jemand mitgeteilt, dass vor zwei Jahren aus einem Flugzeug 100-Mark-Scheine mit dem Aufdruck Muster geworfen worden sein sollen. Aber er wusste nichts Näheres. Und es wäre jetzt natürlich sehr wichtig, wenn noch jemand oder den Zuschauern etwas weiß, von dieser Aktion uns zu sagen, wer möglicherweise wo das stattgefunden hat. Denn dann kann man zurückverfolgen, möglicherweise bis zu der Klischeeanstalt, die die Klischees für diese 100-Mark-Scheine hergestellt hat. Vielleicht noch ganz kurz darf ich weitergeben die Anregung eines Zuschauers. Er hat uns gebeten, bekannt zu geben, dass am 2. September 1972, an dem Tag, als Anna-Maria Blattert vermutlich ermordet wurde, die Olympischen Spiele noch in vollem Gange waren. Vielleicht ist das eine Erinnerungshilfe für Wahrnehmung an diesem 2. September. Das war es im Augenblick aus München. Vielen Dank, Peter Hohl. Meine Damen und Herren, Sie merken es an der Sprechweise, dass es hier jetzt alles sehr eilig geht, da wir fertig werden müssen. Aber nun zum Schluss noch eine sehr wichtige Fahndung nach einem sehr gefährlichen Mann. Er heißt Christian Eberhard Wolf. Und ist vor vier Wochen aus einer Haftanstalt in Düren ausgebrochen. Der Gesuchte gilt als Beruf und Gewohnheitsverbrecher. Zuletzt stand er wegen bewaffneten Bandendiebstahls vor Gericht und wurde in erster Instanz zu sieben Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Christian Eberhard Wolf dürfte auch heute mit Sicherheit wieder bewaffnet sein. Er hat bei früheren Gelegenheiten rücksichtslos von der Schusswaffe Gebrauch gemacht und in einem Fall einem Polizeibeamten schwer verletzt. Vermutlich ist er auch im Besitz falscher Ausweispapiere. Wolf ist 33 Jahre alt, 1,83 groß und sehr schlank. Er hat graue Augen, mittelblonde Haare und eine starke Stirnglatze. Zuletzt trug er eine dunkelblonde Perücke wie auf diesen Fotos. Er legt Wert auf gute Hotels, korrekte Kleidung und schnelle Autos. Für Hinweise, die zur Festnahme des Gesuchten führen, sind Belohnungen von insgesamt 2.000 Mark ausgesetzt. Hinweise bitte an das Landeskriminalamt Düsseldorf, Telefon, Vorwahl 0211, Rufnummer 30331, an jede andere Polizeidienststelle oder eines unserer Aufnahmestudios. Soweit, meine Damen und Herren, der erste Teil unserer heutigen Sendung. Sicher können wir Ihnen im zweiten Teil über weitere Ergebnisse berichten. Die Anfangszeiten werden wir Ihnen gleich noch zeigen. Bis dahin, zunächst einmal guten Abend. Wir sind schon längst rausgeschmissen. Und wann? Wir haben es gerne.